Und ein Moinsen zum Vorbericht auf das Spiel gegen Werder Bremen am Sonntagmittag schon. Es ist noch einige Tage hin nach unserem Pokalwahnsinn in Paderborna. Wir sprechen natürlich über das Spiel und wenn Bremen kommt, dann kommt bei mir der gute Nico. Natürlich Bremen-YouTuber, kann sich gerne mal vorstellen, aber ist bei euch, glaube ich, sowieso schon bekannt. Ja, ich freue mich erstmal, dass ich wieder hier sein kann. Ich freue mich immer wieder auf unsere Talks. Und die haben ja mittlerweile auch schon Tradition, ich glaube, der erste vor zweieinhalb Jahren. Deswegen, ich freue mich sehr, was wir hier heute besprechen werden. Genau, wir haben den Fokus bei ihm natürlich auch gerne seinen Kanal abchecken und das Video bei ihm. Da natürlich der Fokus auf unseren VfB und hier natürlich der Fokus auf den Verein, auf dem wir weniger Ahnung haben, nämlich den SV Werder Bremen. Und da starten wir auch mal rein. Wir hatten jetzt das Pokalspiel in Paderborn mit dem verrückten Last-Minute-Sieg. Da haben wir so ein bisschen den Übergang zu Bremen direkt, weil Bremen war der Klub, den Paderborn vor uns hat ausscheiden lassen. Auch sehr knapp, auch sehr dramatisch gewesen. Aber Bremen brutal gut reingestattet in die erste Liga wieder nach dem Aufstieg. Weiß ja auch nicht so genau, was läuft. Als zweiter aufgestiegen hinter Schalke 04. Was ging denn bei euch so ab die Saison bisher mit der ganzen Aufstiegseuphorie? Ich glaube, wir haben alles erlebt irgendwie. Also gefühlt hätte die Saison auch vorbei sein können. Wir hätten gesagt, wir haben alles erlebt. Also so von krassen Niederlagen wie gegen Köln dieses 7-1. Das ist brutal gewesen. Aber auch wie krasse Siege, wo wir wirklich eigentlich totgeglaubt waren. So gegen Dortmund. 2-0 Rückstand in 6 Minuten auf 3-2 gedreht. Das war geisteskrank gut. Gegen Gladbach irgendwie, ich glaube, nach einer halben Stunde 5-0 geführt. Das sind, oder 4-0 geführt. Wir hatten einige geisteskranke Partien dabei, muss ich sagen. Wir hatten aber auch schwerere Partien. Also wo wir uns selber auch schwer getan haben. Wo wir uns unnötig schwer getan haben. Gegen Augsburg zum Beispiel haben wir es tatsächlich hinbekommen, uns auf so Rümpelfußball einzulassen. Dabei hat uns, glaube ich, in dieser Saison das ausgemacht. Und immer die besten Spiele von uns waren die, wenn wir uns spielerisch uns eben gezeigt haben. Wenn wir wirklich auch Kombinationsfußball gespielt haben, dann offensiv freudig zwar auch das ein oder andere Ding hinten dann bekommen. Aber vorhin hat eins mehr gemacht. Diese typische Werder-DNA eigentlich. Aber vor dem Wolfsburg-Sieg, der ja jetzt am Wochenende war, haben wir auch ein bisschen geschwankt. Weil wir halt, ja, man hat natürlich dadurch auch gesagt, wir haben vier Niederlagen in Folge gehabt. Weil wir vor der Winterpause haben wir zwei verloren. Man muss aber dazu sagen, es war ja auch Bayern, Leipzig. Und jetzt war dann halt Köln und Union. Köln, gut, das war der Totalausfall. Aber hättest du Köln auch gewonnen, hättest du nur gegen Union, Leipzig und Bayern verloren. Das wäre dann so. Andererseits war dadurch natürlich so ein bisschen Bauchschmerzen. vor dem Wolfsburg-Spiel, weil jeder dachte, wenn du das jetzt noch verlierst, dann sind es fünf Niederlagen in Folge und dann kannst du es auch nicht mehr irgendwie rednerisch retten oder so. Ich hatte selber auch ein bisschen Angst vor Wolfsburg, war die Mannschaft der Stunde und war schon ein bisschen am Schielen auf Stuttgart. So ein bisschen, okay, das ist das Spiel danach. Aber wir haben das Spiel gewonnen und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Saison jetzt. Also sehr zufrieden. Wir sind nicht im Abschiedskampf aktuell gerade drin. Deswegen bin ich jetzt gerade sehr zufrieden. Ja, wir kennen das ja so ein bisschen. Wir hatten auch eine ziemlich euphorische Saison nach unserem Aufstieg damals. Und auch da, das ist ja normal, wir hatten auch irgendwann so eine kurze Down-Phase. Und auch dann Winterpause, letzter Spieltag vor der Winterpause. In Bielefeld zum Beispiel 3-0 verloren. So phasen hatten wir halt mal. Jetzt haben wir so eine ewig lange Winterpause gehabt. Da kann so ein Spiel wie in Köln auch mal passieren. In der Höhe natürlich auch nicht nötig, aber kann mal passieren. Und man muss ja sagen, ihr seid, das hast du ja auch vorhin schon gesagt in deinem Video, ihr seid nicht so ein ganz normaler Aufsteiger, weil Bremen ist einfach ein Name so. Da war klar, wenn Schalke Bremen runtergeht, normalerweise kommt ihr direkt wieder hoch. Natürlich auch die zweite Saison war sehr kurios. Aber ihr seid wieder hochgekommen, habt wirklich einen ordentlichen Kader beisammen und eben vorne noch welche, die treffen. Was macht Bremen so als Gesamtes aus? Vielleicht auch mit den Fans aktuell. Ich glaube, dass unsere Fans sowieso ausmacht, dass selbst nach einem 7-1, die im Stadion da den Jungs applaudiert haben und denen Mut gemacht haben. Ich glaube, in einem Heimspiel ist das schwieriger. Ich glaube, das kennt auch jeder Verein. Ich meine, ich kann es auch verstehen. Also ich sage dir ehrlich, wenn ich im Stadion jetzt wäre, sitze da irgendwo und siehst sowas und 7-1, da bist du auch abgefragt. Aber ich sage auch immer irgendwie, weißt du, ich glaube, es ist immer wichtig, dass du, wenn du im Stadion bist, den Verein halt einfach supportest, halt da bist, dann auch mitbrüllst. Kannst du ja auch brüllen, wenn es scheiße ist, aber hauptsache, du brüllst ein bisschen mit so mäßig. Und ich sage immer, wenn du dann von zu Hause aus guckst oder auch im Stream, weil wir streamen ja auch so ziemlich fast jedes Spiel, dann kannst du die Emotionen nochmal, glaube ich, besser oder anders rauslassen, weil du dann, du kommst dann auch schnell auf diesen abgefuckten Weg, dieses dann fuck dich sowas halt ab, je nachdem, was da passiert. Aber ich glaube, dass wir wirklich in dieser Saison auch von den Fans hier einen sehr, sehr geilen Support haben. Unsere Ultras machen auch immer richtig Stimmung, sind sehr, sehr laut. Auch egal, in welchem Stadion eigentlich, auch teilweise so Fanmeister vor, die Choreos und so. Da bin ich auch schon sehr zufrieden mit dem ganzen Stimmungstechnik. Bei Heimspielen hört man mal so, mal so. Ich kann es ja da auch nicht immer so bewerten, weil halt, man, es ist halt hören, sagen dann. Ich kann nur sagen, dass ich in der Saison auswärts gegen Leverkusen dabei war. Das war, da haben die Werder von uns sehr, sehr viel Stimmung gemacht. Das war sehr, sehr geil. Ich war praktisch auch genau gegenüber von den Werder-Fans. Das war mega geil, wenn du halt das Spiel guckst und da hast du die Werder-Fans. Das war so, also besser ging es nicht. Und ja, die letzten Heimspielen, die ich besucht hatte, waren in der zweiten Saison, bevor wir aufsteigen sind, gegen Darmstadt und Schalke. Da war die Stimmung auch mega geil. Also Stimmungslage ist bei uns aktuell ganz gut. Ja, da können wir uns auch sehr drauf freuen. Saison ist auch wieder ausverkauft. Natürlich nach unserem Maße. Es fehlen immer so 13.000, 14.000 aktuell Plätze. Ja, wegen dem Umbau. Ist aber ausverkauft. Ich denke mal, dass der Bremen-Block auch mehr oder minder ausverkauft sein dürfte. Und sportlich ist das Ding dann doch tabellarisch gerade recht klar. Also rein vom Punkt der Abstand her. Es sind acht Punkte, die uns trennen. Wir auf Platz 15 mit 16 Punkten und ihr auf Platz 10 mit 24 Punkten. Hat man da trotzdem jetzt auch nach diesem paar kleineren, oder nach der kleinen, kleineren Durststrecke, sage ich mal, bis eben zum Wolfsburg-Sieg, der sehr wichtig war, hat man da trotzdem noch ein bisschen Angst, in den Abstiegskampf reinzurutschen? Oder denkt man sich, ey, unter uns sind trotzdem noch vier, fünf, sechs, sieben Teams, die ja, die echt noch mehr Struggle haben, gerade Schalke, gerade Hertha. So tief rutscht man nicht mehr rein? Oder wie, wie guckt man auf die Restsaison? Was ist so ein bisschen das Ziel? Also ich glaube, so eine gewisse Angst hat man immer. Es sei denn, man ist halt auch rechnerisch durch, dann ist es natürlich was anderes. Aber wir kennen das aus dem Jahr, wo wir abgestiegen sind. Wir hatten zehn Punkte damals Abstand. Mehr als zehn Punkte, glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es zehn Niederlagen waren, die dann kamen. Und das war aus dem Nichts. Also jeder hat gesagt, wäre das durch. Da war eher wirklich der Blick nach oben, weil du halt super dastandst. Und dann hast du eine Niederlage nach der anderen bekommen. Und jede Woche kam eine neue Ausrede. Wir sind verzweifelt. Ja, und deswegen ist es jetzt bei mir auch gerade so, dass ich, ich glaube, manchmal werde ich auch zu schnell nervös dann, weil halt wir stehen punktechnisch immer noch ganz gut da. Das muss uns immer so vor Augen führen. Das stimmt auch. Aber man hat halt auch Angst, wenn du dann jetzt da verlierst. So jetzt nur ein Beispiel. Wenn wir jetzt gegen euch verlieren sollten, dann hättet ihr 19 Punkte, dann sind es fünf Punkte auf Stuttgart nur noch. Fünf Punkte sind gar nichts. Das kann in zwei Spieltagen anders aussehen. Zwei Spieltage sind auch wieder gar nichts, wenn die Rückrunde eigentlich jetzt erst wirklich losgeht. Also es sind ja noch einige Spiele zu gehen. Dennoch sehe ich das auch immer auf der positiven Seite als Chance. Denn sollten wir gegen Stuttgart gewinnen, haben wir elf Punkte Abstand auf aktuell Platz 15, je nachdem wie es dann ist. Aber elf Punkte Abstand ist schon, ja genau. Und das als Aufsteiger, obwohl ich dieses Wort ungerne so verwende, weil ich habe manchmal auch das Gefühl, so nach Niederlagen sagt man ja immer, ja, aber wir sind auch Aufsteiger so mäßig. Deswegen sage ich immer lieber, aufgrund unserer Leistung, die wir bis jetzt gezeigt haben, haben wir gezeigt, wir können mit jedem in der Bundesliga mithalten. Wir haben einen Bundesliga-Kader. Wir haben sogar ein, zwei Leute, die bundesligamäßig drüber performen sozusagen. Also im oberen Drittel performen mit Völkru und Weiser. Aber Weiser, da werden wir ja gleich noch drauf zu sprechen wahrscheinlich. Ja, genau. Also was das angeht, Angst immer noch ein bisschen, aber auch irgendwo immer eine Chance. Jetzt zum Beispiel noch. Ja. Ja, das kennen wir ja auch als Traditionsverein, der eben auch schon sowas durchgemacht hat, auch mit dem Abstieg nochmal. Ich weiß auch noch genau, die Situation quasi war, wir hatten unser Spiel quasi, wir hatten einen Vorbericht gemacht zu unserem Spiel, eben in der Saison, wo wir abgestiegen sind, hatten wir am Ende, glaube ich, dann Neunter wurden. Genau da haben wir auch besprochen, quasi wer das Ding gewinnt, für den geht es quasi ein bisschen nach oben und der andere muss eher nach unten gucken. Und dann ging es los. Das war auch irgendwie genau der Zeitpunkt quasi. Und wie du schon angesprochen hast, Weiser angesprochen hast, ihr habt im Winter jetzt noch Maximilian Philipp ausgeliehen von Wolfsburg. Sonst keine groß, also klar Berg, aber jetzt keine großen Stammspieler sowas abgeben müssen. Kader beibehalten, für wie stark hältst du euren Kader? Gerade auch mit Völkru und auch so ein paar, die sich eben wieder wie in Weiser zum Beispiel rehabilitiert haben und mittlerweile echt absolute Stammspieler und starke Spieler geworden sind. Man muss sich überlegen, Weiser hat halt acht oder neun Scorer als Rechtsverteidiger. Das ist halt brutal. Ja, also tendenziell zufrieden mit unserem Kader bin ich, von der ersten Elf auf jeden Fall. Auch von den ersten zwei, drei, die dahinter kommen. In der Gesamtbreite bin ich nicht ganz zufrieden, kann ich auch nicht sein, kann keiner wirklich sein, weil wir halt, da muss man immer bedenken, wir haben einen 26-Mann-Kader, das haben ein, zwei andere Bundeslisten auch, aber wir haben halt auch fünf Keeper. Das heißt, wir haben 21 Feldspieler, das ist schon bei einer Verletzung oder bei der ein oder anderen Verletzung ist das gewagt, weil du halt auch immer überlegen musst, elf Spieler spielen und fünf werden eingewechselt. Das heißt, 16 Spieler sind pro Spieltag im Einsatz und dann hast du nur noch fünf auf der Reserve und je nachdem, auf was für Positionen du dann Verletzung hast, kann das sehr teuer werden. Beispiel bei uns im Sturm, fällt ein Völkug aus, wir haben keine echte Neun sonst im Kader. Das heißt, Durchschnitt ist eigentlich jemand, der um einen Stürmer so ein bisschen mehr rumspielt, der auch die Stärken wirklich hat hinter dem 16er, also schnürbeln oder dann auch mal einen Ball da reinlegen und so, letzten Passspielen. Vor dem Tor selber ist er nicht der Allergefährlichste, ohne ihn jetzt da irgendwas absprechen zu wollen, aber er braucht dann lieber eher zwei, drei Chancen. Philipp, wissen wir noch nicht, müssen wir mal gucken. Hoffentlich aber, dass er einsteckt. Er ist auf jeden Fall jemand, der guten Abschluss hat, also der guten Bums auch mitbringt. Da hoffe ich so ein bisschen noch, dass er das dann lösen kann, auch wenn er keine klassische Neune ist, so wie man sich vorstellt, aber vielleicht den spielerischen Part halt dann, dass das sich irgendwie ergänzt oder doppelt gut ist, mal verweist. Und Dinchy, das ist unser letzter, der hat er das letzte Mal getroffen in der Abstiegssaison. So, und das ist halt dann einfach in der Bundesliga zu wenig. Wenn du weißt, wenn Fögo verletzt ist, fällt ein Fögo, verletzt er sich, kommt Philipp rein und du hast nur ein Dinchy auf der Bank. Wir können Dinchy da nicht auswechseln. Also wir haben, egal wie du wechselst, du müsstest dann die Formation umstellen, weil du nur einen Kandidaten hast. Und da sind wir halt zu dünn aufgestellt, auf der einen oder anderen Position würde ich auch sagen, es ist ein bisschen dünn, wie mit Weiser jetzt. Weiser fällt aus, das Problem ist, Ago, der Backup davon, ist auch noch angeschlagen, auch immer noch verletzt, an der Patella-Szene. Das heißt, wir haben nominell keinen Rechtsdeteiliger gerade gegen euch im Kader. Wir haben jemanden wie Manuel Mbom, der das schon mal gespielt hat, das ein oder andere Mal. Aber das war nie so, dass du gesagt hast, oh, Mbom ist ja der Rechtsdeteiliger von uns. Weißt du, das ist eher jemand, den bringst du im Mittelfeld und der muss seine Chance jetzt nutzen, weil im halben Jahr läuft es im Vertrag aus und der war fast ein Jahr jetzt verletzt. So, das wäre sein erstes Mal wieder in der Startelf. Der hat im Trainingslager jetzt nach dem Winter das erste Mal wieder Spielminuten gesammelt. Ist das jetzt wirklich die A-Lösung? Oder tun wir einen, der eigentlich linkserteiliger ist, dann dahin? Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Wir haben Jung und Buchanan auf links, dass einer von beiden vielleicht sagt oder im Training sich festgestellt hat, oh, der könnte vielleicht auch rechts funktionieren, dass man das halt irgendwie macht, jetzt für eine Partie, weil es ist ja nur gesperrt, nicht verletzt. Deswegen, ja, das ist so meine Hoffnung da. Ja, das ist so ein bisschen auch das Bild von einfach Teams, die normalerweise erst mal um den Klassenleitensspiel, da gibt es ja öfter gerade auch so geplagte Teams vor die Jahre, auch finanziell ein bisschen geplagtere. Da ist die Kaderbreite nicht unbedingt da. Bei uns ja auch, wenn ein paar Startelfspieler ausfallen, wie in Leipzig ein Beispiel, dann ist zumindest mal mindestens die Bank eigentlich echt nicht wirklich 100% Bundesliga-tauglich. Ihr spielt in einem 3-5-2, hast du mir erzählt, mit Ole Werner auch wirklich, finde ich, einen absoluten Top-Trainer in der Bundesliga am Start. Mit dem Aufstieg, mit der mittlerweile aktuellen Leistung in der Bundesliga, wie ihr euch drin haltet, halt euch weiterhin nicht für so in Gefahr, was den Abstieg angeht. Ich gehe fest davon, auch was bevor das ist auch, dass ihr da drin bleibt. Was sind so Stärken und Schwächen bei euch? Was kann uns erwarten? Ja, Stärken würde ich auf jeden Fall sagen, wenn wir Tage haben, wo wir es hinkriegen, dieses Offensivspiel auch zu machen, dann auf jeden Fall im letzten Drittel. Wir haben mit Weiser, der jetzt gegen euch zwar nicht spielt, aber eigentlich einen totalen Kreativspieler, der auch über Außen sehr, sehr viel Gefahr ausgestrahlt hat. Füllgurk, absoluten Vollstrecker, den darfst du einfach keinen Platz lassen als Gegner, weil der halt mit allen Sachen trifft. Egal ob mit Kopf, mit der Brust, der hat ja super Ballkontrolle auch, schirmt die Bälle auch gut an, schießt auch mit beiden Füßen. Das ist halt auch so ein Ding. Du hast manchmal nicht das Gefühl, wenn er den jetzt mit links trifft, dass der irgendwie jetzt mega kacke kommt. Und gleichzeitig schafft er es aber auch, irgendwie den Ball immer auf rechts zu legen. Also deswegen sage ich dir, das ist schon wirklich ein sehr, sehr kompletter Stürmer. Und halt eben auch mit 29 wird jetzt bei 30 jemand, der so auch Erfahrung hat, egal wie ein Spiel verläuft, sich dann in Szene zu bringen. Marvin Duxch daneben auch eine absolute Stärke von eben anderen Szene setzen. Zuletzt aber technische Schwierigkeiten im letzten Drittel gehabt. Mal gucken, wie das wird. Sonst würde ich auch eigentlich sagen, ich weiß, das klingt immer so blöd, wenn man auch viele Gegentore schluckt. Wir haben 37 Gegentore geschluckt, aber wir haben halt da auch ein paar Partien dabei gehabt, wie jetzt Köln. Rechne mal die 7 einfach mal runter. Dann hätten wir 30 und ihr habt zum Beispiel 32. Dann haben wir 6 gegen Bayern bekommen. Also allein das sind 2 Spiele, wo 13 Dinger gekommen sind. Sonst würde ich aber wirklich sagen, dass wir, wir haben jetzt zuletzt 2 Mal mit einer Innenverteidigung gespielt, die meine Wunsch-Innenverteidigung vor der Saison war. Wir haben endlich, endlich mit Niklas Stark, Amos Pieper und Marco Friede gespielt. Und diese 3 zusammen halte ich für absolutes Mega-Bundesliga-Niveau. Also das ist kein Abstiegskampf-Niveau. Das ist wirklich, die sind im guten Mittelfeld platziert, alle 3. Die könnten bei vielen anderen Klubs auch sofort in die Startelf rutschen. Die haben alle 3 Tempo. Das ist auch so mega wichtig einfach. Niklas Stark hat das in der Zentrale jetzt sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich überläuft jeden Stürmer, egal wie schnell. Der ist geisteskrank, was der da zeigt auf einmal. Und wir haben ja jetzt nun mal wirklich auch gegen Tempo-Leute gespielt. Das ist geil, dass man sowas mal wieder hat bei Bremen. Wir haben oft Probleme da auch gehabt. Welkowitsch dadurch so ein bisschen aus der Startelf verdrängt worden. Der zwar seine Stärken hat, wenn er im Zweikampf drin ist, aber oft zu passiv und zu langsam halt auch war. Und das ist genau das Gegenteil von Stark halt jetzt. Ja, Pieper rechts, eine Mega-Bank. Also wirklich, wer an dem vorbeikommt, dann immer Chapeau. Der hat einen riesen Dusel gehabt jetzt mal gegen Köln, aber sei es ihm verziehen, der reißt sich jede Woche den Arsch auf. Von daher, da bin ich ja, bin ich der Letzte, der ihm irgendwie böse ist und Friede ist unser Kapitän halt. Linksfuß auch auf linker Innenverteidiger, macht auch den Spielaufbau mit, hat auch die eine oder andere Idee manchmal. Wie werdet ihr auch sehen, gegen Stuttgart wird es auch so sein, dass immer mal einer aus der Dreierkette auch vorstößt, um halt eben so ein bisschen den Mittelfeldspielen da mehr Platz zu gewähren. Stuttgart da rauszuziehen, das ist schon eine Variante, die man auch hat, aber wir haben trotzdem auch unsere Schwäche in der Defensivbewegung, weil wir so offensiv stehen, auch mit den Außenderteidigern, dass auf den Außen immer wieder Platz ist. Wenn man da eben Tempospieler reinbekommt, die unsere Kette hinterlaufen und dann vielleicht auch den Ball zurückspielen, unser Sechsterraum, das sind so unsere zwei Probleme. Über die Außen und der Sechsterraum hinter der Kette kann gut bespielt werden und so doof wie es klingt, unsere eigenen Fehler einfach. Wir machen zu viele eigene Fehler, immer wieder mal, individuelle Fehler, das ist so auf jeden Fall Knackpunkt. Ja, da haben wir ein paar Parallelen, haben wir auch bei dir schon im Video angesprochen. Wir haben ja früher unter Badrazo auch diese Richtung von 3-5-2 gespielt, jetzt ein 4-3-3, die eben gerade auch sehr flügellastig ist. Das könnte schon zusammenpassen in Sachen, da ist schon was drin, dann nach vorne, bei uns ja genau das gleiche Thema. Ich halte auch unsere Defensive grundsätzlich nicht für schlecht, die Einzelspiele auf jeden Fall nicht. Ein Iton, Mafropanos, ein Anton, als gestandene Bundesliga-Spieler mittlerweile, mal jünger, mal älter. Man verpasst ja auch Kandidaten für ganz andere Klubs, ein Sosa wird noch nicht ganz fit sein für Sonntag, aber auch der bockt stark auf links, auch ein Kandidat für höhere Klubs eigentlich, was so Niveau angeht, sag ich mal einfach. Aber da ist schon was drin in dem Spiel und auch wird defensiv immer wieder anfällig, immer wieder Fehler, auch mal Torwartfehler, auch mal Eigentore wie in Paderborn. Da ist immer wieder was drin. Bevor wir zu unserer Prognose, zum Spiel kommen, ich nehme euch schon raus aus dem Thema Abschiedskampf bei mir, aber wer würdest du aktuell glauben, geht auf 18, 17, 16? Ich finde es wirklich schwer, weil ich sage, der Spieltag jetzt könnte auch schon mal so eine Richtungsweise wieder für den einen oder anderen sein. Schalke hat es ja als Unentschieden gespielt, nach einem wirklich guten Spiel gegen Köln, hätten am Ende sogar gewinnen müssen, vielleicht sogar. Also ich glaube, jeder Bundeswehrgruppe, der einigermaßen in Form ist, hätte das am Ende dann gewonnen. Deswegen würde ich die immer noch nicht abschreiben, so doof wie es klingt, weil sollte Schalke gewinnen und Hertha und sagen wir mal, ihr würdet verlieren. Dann wären es halt drei Punkte auf euch und ein Punkt auf Hertha. Das ist schon, das ist kein 18. der der feststeht, so für mich dann. Und Bochum hatten wir bei uns, also hier bei mir im Video gerade eben schon angesprochen, wenn die gegen Hoffenheim gewinnen, was ist dann? Dann kodelt sich da unten alles wieder ein. Ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass Augsburg weiter abrutscht. Ich werde echt ein Problem, glaube ich, kriegen, wenn ich mit dem Augsburger wieder aufnehme, weil ich so oft die auch schon welche, aber ich habe die auch vor der Saison Gott sei Dank schon auf Richtung unten gezippt, deswegen kann ich mir auch darauf beruhen. Aber ich habe so die Hoffnung, dass die vielleicht da runterrutschen. Hoffenheim wäre für mich ultra geil, wenn die da runterrutschen. Das wäre der Jackpot. Hoffenheim auf 18 wäre perfekt, weil dann hätte ich gesagt, super, kommt ein Traditionsclub hoch und die gehen runter, super geil. aber Wunschlösung wäre Hoffenheim, Augsburg 18, 17. Das wäre für mich das Beste. Ich befürchte aber allerdings, dass so die, ja, dass halt Bochum, Hertha, Schalke, Stuttgart, eventuell, wenn wir jetzt wirklich noch abrutschen, können wir natürlich auch noch, aber dass so die, dass jetzt erstmal sich rauskristallisieren muss, wer da rausgeht. Zwei von den Vieren werden wahrscheinlich unten am Ende bleiben. Also wenn man jetzt Schalke, Hertha, Bochum, Stuttgart und dann Hoffenheim oder Augsburg mitzählt, zwei von denen werden unten bleiben. Ich glaube nicht, dass es krasse Überraschungen da ganz drüber noch gibt. Kann natürlich immer sein, wie gesagt, darf man nie zu vorsichtig sein, aber, ja, mein Wunsch, hast du ja gehört, Wunsch wäre Hoffenheim, Augsburg. Ja, würde ich auch so mitgehen den Wunsch, gerade bei Hoffenheim, gerade Augsburg, aber auch sich auch im Aufrund angesprochen, stark verstärkt, also wird eine wilde Rückrunde, wir sitzen ja hier auch am zweiten Spieltag der Rückrunde so, das wird alles noch extrem eng, jeder Spieltag gibt es Veränderungen, gerade die direkten Duelle kommen ja auch noch, wir müssen auch noch auf Schalke spielen am Samstagabend, Topspielansetzung 18.30, das wird alles andere als angenehm. Was auch ganz nett war, bevor es pro Gnose kam, ist ein Spruch vom Paderborn-Trainer auf der Pressekonferenz nach unserem Sieg gestern in Paderborn, hat es so ein bisschen einen kleinen Diss gegen Bremen gesetzt, hat gesagt, quasi nach dem Motto, ich habe hier gegen Stuttgart schon mehr Qualität vom VfB gesehen, als von Werder Bremen, das war so ein bisschen sein Spruch und dann auch nach Motto, ohne dass die Bremen-Fans mich jetzt verkloppen, aber der hat so ein bisschen seinen Favorit schon ausgemacht für das Sonntagsspiel von uns beiden. Meinst du, sowas kriegt man mit in Bremen und nimmt das so ein bisschen als Motivation? Nee, weil das Stimme gegen Paderborn von uns war wirklich, das war ein Kuddel-Muddel-Ding, wir haben das erste Mal sowas gehabt, so einen kleinen, ja, Fehler, sage ich mal, es ist auch schwierig, wie man das benennen will, aber es ist scheiße, einfach was gewesen ist, zwei Tage vor dem DFB-Pokalspiel oder drei, waren halt Duxch und Bürg einen sich reinkippen, dadurch ist Duxch einen Tag später, er ist zu spät gekommen, dann irgendwo gar nicht erschienen und Bürg ist wenigstens erschienen, aber halt auch nicht topfit und dadurch ist Duxch aus dem Kader geflogen, der zu dem Zeitpunkt sehr wichtig gewesen wäre, gegen Paderborn auch zu spielen, Bürg hat seine Startelf-Chance bekommen, hat aber gefühlt mit zwei Promille gespielt, also so hat das gewirkt, das war kein, einfach kein gutes Spiel und dann haben wir mit Bittencourt, der dann einen Sahnetag auf einmal irgendwann hatte, so zwei Tage mäßig, mega, mega Aufwind nochmal gehabt, Verlängerung, hätten wir durchaus dann auch da gewinnen können, rein theoretisch, aber wenn du so rein startest in eine Partie, einen DfB-Pokal, wo immer alles möglich ist, dann kann ich auch verstehen, dass ein Trainer danach sagt, dass wenn er sich darauf bezieht, ich meine, wer hat ja danach auch nicht mehr gegen uns gespielt, dass er dann sagt, ihr hattet vielleicht gestern da mehr Qualität, weil wir haben einfach da nicht unser bestes Spiel gemacht, das ist so. Ja, hat natürlich auch überhaupt null Aussagekraft, ich fand es nur sehr nett, dass er es nötig fand, sowas noch zu sagen auf der Pressekonferenz, aber wir haben uns ja auch einiges abgekrampft da gestern in Paderborn, war am Ende verdient, aber sehr, sehr enges Ding, wenn man erst nach 86. und 95. trifft, triffst du, wie gesagt, verdienterweise, aber davor war auch schwer durch das Bollwerk durchzukommen, also so überragend war das jetzt auch nicht gestern, wo wir unseren Tipps sind, wir kommen am Sonntag 15.30 zum Spiel, was wichtig wird für uns, für uns wird es ein absoluter Pflichtsieg, aber du kriegst zuerst die Möglichkeit, hier deinen Tipp abzugeben. Ja, erst mal würde ich sagen, das musste ich ja auch noch bei meinem Video noch irgendwie nachträglich mal reinschreiben dann, dass ihr bitte alle da draußen, egal ob jetzt Werder oder Stuttgart-Fans seid, den Vlog von Felix guckt und beim Streamen bei mir am Start seid, um dieses Spiel gemeinsam sozusagen zu erleben. Am Ende sind wir ja trotzdem beides Traditionsvereine und ich hoffe, dass es einfach ein faires Spiel wird, dass es sowieso immer so, dass es keine Verletzten gibt, das können wir beide nicht gebrauchen, vor allen Dingen, weil wir halt echt noch viele Aufgaben ja beide haben werden. Ja, also meine Prognose, mein Bauchgefühl ist, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird. Ihr habt den Aufwind mit jetzt eben dem DFB-Pokalspiel, wir haben vielleicht ein bisschen Aufwind durch das Wolfsburg-Spiel, wir haben Philipp Neuzugan, der sich das erste Mal dann zeigen kann. Bei euch haben sich zwei gestern schon mal ein bisschen gezeigt, Jill Diaz direkt getroffen. Das wird unfassbar spannend werden. Ich glaube, es ist ein brutal schweres Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen klaren Sieger geben wird. Klar, es gibt immer Zeichen und Wunder und sowas und dann hat der eine einen ganz Scheißtag oder so, aber im Normalfall erwarte ich eine kämpferische Partie, ein viel hin und her. Ich erwarte mindestens auf beiden Seiten einen Fehler gefühlt. Also das 1-1 ist schon mal sicher so, so die ersten Tore. Aber ja, ich hoffe am Ende, dass wir die glücklichere Mannschaft sind. Ich habe vorhin auch schon mal bei mir gesagt, mein Hoffnungstipp ist ja auch irgendwie so ein 3-2 für Bremen. Aber mein Gefühl sagt mir halt ein 2-2. Womit ich aber leben könnte, das muss ich auch noch mal betonen. Ich weiß, dass es nicht viele Klubs gibt in der Liga aktuell, wo wir sagen können, das ist ein Pflichtsieg. Aber so müssen wir es zumindest angehen. Ob es dann am Ende das wird, dann wird man sehen. Ja, ganz klar. Bei uns ist es die gleiche Lage wie bei uns. Wir müssen das Ding auch nehmen. Wir müssen das Ding gewinnen. Also die Lage ist ja noch prekärer bei uns. Ihr seid dann auch ein bisschen weiter weg von da unten. Wir brauchen die Punkte. Heimspiel, ausverkauftes Ding wird eine super Stimmung werden. Wir haben eine gute Heimbilanz gegen Bremen. In den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren irgendwie nur zweimal verloren zu Hause. Selbst in den prekärsten Lagen noch die Heimsiege genommen gegen Bremen. Wir müssen über die Heimstärke auch kommen. Hoffenheim waren wir kurz davor mit dem 2-1, dann noch 90 plus 4 den Ausgleich bekommen. Wir haben ja jetzt seit über einem gesamten Kalenderjahr keinen Ausgleichsieg gefeiert. Also wir brauchen diese Heimstärke, um uns ein bisschen vom Hals zu halten. Ein Abstieg, sage ich einfach mal. Wir haben Top-Stürmer am Start bei euch mit Vögut, bei uns mit Gerasi, wo du auch weißt, wenn da mal ein Ball reinkommt, dann passiert was. Taktisch schon mal vorhin ein bisschen angesprochen, dass da schon auch was drin wäre. Hinten Probleme. Also ich gehe auch auf ein hohes Spiel. Habe auch ein bisschen Angst, dass es so Mainz ähnlich werden wird. Und da werden könnte, dass wir auch ein enges Spiel, ein enger Kampf und am Ende eben halt nicht belohnt und am Ende nicht noch letzte Chance rausgespielt und eben doch nur Unentschieden gespielt, was euch natürlich mehr helfen würde als uns. Tippe aber auch dann hier optimistisch, auch auf ein hohes Spiel und auch auf ein 3-2-Sieg. Dann würde ich sagen, danke, dass du hier am Start warst. Und ihr dürft natürlich gerne zum Real Niko rübergehen auf dem Kanal, auch gerne das Spiel angucken am Sonntag, wenn nicht im Stadion ist, bei ihm einen Stream verfolgen. Wenn mir kommt der Vlog dann noch später, habt ihr das Doppelprogramm am Sonntag. Auch unser Video gemeinsam bei ihm auf dem Kanal, ihr kennt ihn ja schon. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.